Franz Anton Beckenbauer ist tot. Er verstarb am 7. Januar im Alter von 78 Jahren in Salzburg. Der deutsche Fußball verliert, ich glaube das muss man gerade für jüngere Zuschauer nochmal so deutlich sagen, seinen besten Spieler aller Zeiten. Den deutschen GOAT. Und eine der einflussreichsten Sportpersönlichkeiten, die wir jemals erleben werden. Es gehört in unserer Zeit dazu, alles zu hinterfragen und alles neu zu diskutieren. Klar, Beckenbauer war gut, aber war er so gut wie? Und die Antwort lautet, nein. Er war besser. Kein Gerd Müller, kein Luther Matthäus, keine Diskussion. Der Kaiser. 78 Jahre wurde die größte Vereinsikone des FC Bayern München alt. Ehrenpräsident, Präsident, Ehrenspielführer und Spielführer der ersten deutschen Mannschaft, die den Europapokal der Landesmeister gewinnen konnte und Mitbegründer der bayerischen Dominanz über den deutschen Fußball. Und das alles, obwohl Franz Beckenbauer im Alter von 12 Jahren eigentlich zum großen Rivalen 1860 gehen wollte. Und das nicht tat, weil er im Spiel gegen die Löwen von einem Gegenspieler geohrfeigt wurde. Es war also die Watschung von Gerhard König, die eine Karriere einleitete, die bis heute ihresgleichen sucht. Wo fängt man an bei solch einer Laufbahn? Vielleicht bei seinem ikonischen Spitznamen. Es gibt zwei Anekdoten zur Entstehung. Die erste. 1968 soll er im Rahmen eines Freundschaftsspiels gegen Rapid Wien neben einer Büste von Kaiser Franz I. fotografiert worden sein. Und im dazugehörigen Artikel soll er zum ersten Mal als der Kaiser bezeichnet worden sein. Variante 2. 1969. Pokal-Endspiel gegen Schalke 04. Franz Beckenbauer foult Stanley Budda, den Mann, den sie den König von Westfalen nannten. Nachdem er dann von den Schalke-Fans dauerhaft ausgebucht wird, jongliert er im Pokalfinale 40 Sekunden vor der Schalker Kurve. Die Presse sucht daraufhin nach einer Steigerung für der König und macht Franz Beckenbauer zum Kaiser. Welche dieser beiden Geschichten stimmt, ist gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, weshalb dieser Name so gut passt und wann er ihn bekommt. Denn 1968, 69 ist Franz Beckenbauer keine 25 Jahre alt. Und warum passt der Name so gut? In einem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schreibt Manuel Neukircher, Es ist die passende Metapher für den Ausnahmefußballer mit der Aura des Unantastbaren gefunden. Von nun an gibt es ein sprachliches Etikett, das die Anmut seines Spiels und die Souveränität seines Auftritts adäquat auf den Punkt bringt. Man könnte denken, mit dem Spitznamen hebt die Karriere erst so richtig ab. Doch man täte Franz Beckenbauer Unrecht. Bereits 1966, im Alter von nur 20 Jahren, ist er einer der besten Spieler der Weltmeisterschaft 1966. Er schießt Deutschland mit einem Treffer im Halbfinale gegen die Sowjetunion ins Finale, wo, das wisst ihr alle, Deutschland auf England trifft. England mit dem amtierenden besten Spieler der Welt, Sir Bobby Charlton. Und der englische Coach, Alfie Ramsey, entscheidet sich dazu, im Finale Sir Bobby Charlton nur auf den 20-jährigen Franz Beckenbauer und dessen Bewachung abzusetzen. Wir wissen alle, wie dieses Spiel ausgeht. Ist nicht wichtig, denn Franz Beckenbauer krönt sich acht Jahre später zum Weltmeister und zwei Jahre zuvor bereits zum Europameister. Er ist bis heute der einzige Spieler in der Geschichte des Fußballs, der in zwei WM- und in zwei EM-Endspielen stand. Franz Beckenbauer gewinnt jeden relevanten Titel, den der Fußball zu bieten hat. Und in der prestigeträchtigen Geschichte des Ballon d'Or konnten bis dato nur vier Verteidiger die Auszeichnung überhaupt gewinnen. Matthias Sammer, Fabio Cannavaro, Franz Beckenbauer und Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer gewann 50 Prozent der Auszeichnungen zum besten Spieler, die jemals an Verteidiger vergeben wurden. Alles, was Franz Beckenbauer anfasst oder antritt, wird zu Gold. Und es wirkt unverschämt leicht. Fast schon schwebend dribbelt Beckenbauer durch sein ganzes Leben. Als er seine Spielerkarriere beendet, wird er eben Bundestrainer und führt die Mannschaft 1986 direkt ins WM-Endspiel. Und als das verloren geht, tja, dann muss man vier Jahre später eben wiederkommen. Und 1990 gewinnt Beckenbauer den Titel auch noch als Trainer. Unvergessen, wie er über den Rasen des Stadio Olympico schlendert, Gedanken versunken, während seine Spieler Ehrenrunden drehen. Es sind Beckenbauers letzte Schritte in den absoluten Olymp des Fußballs. Übrigens bin ich der festen Überzeugung, dass Franz Beckenbauer an drei deutschen WM-Titeln wesentlich beteiligt ist. Denn ohne Franz Beckenbauer bekommt Deutschland die Weltmeisterschaft 2006 niemals. Und ohne die Aussicht auf eine blamable Heim-WM im Jahr 2006 erfolgt 2000 nicht die allumfassende Nachwuchsrevolution im deutschen Fußball. Und ohne jene Revolution wird Deutschland 2014 garantiert nicht Weltmeister. Es ist vielleicht das schönste Sinnbild für das Schaffen des Kaisers. Er wird darum gebeten, seinen Charme und sein Standing einzusetzen, um Deutschland diese Weltmeisterschaft zu besorgen. Und auf dem Weg dahin tritt er aus Versehen und wie man es von ihm kennt, mühelos ein paar Dominos um, die am Ende darin münden, dass Deutschland 2014 wieder Weltmeister wird. Auch Franz Beckenbauer hat Fehler gemacht. Und vielleicht sind die Fehler in einem so großen Leben automatisch etwas größer. Doch nun ist es Zeit, Abschied zu nehmen. Und der fällt wirklich schwer. Denn Franz Beckenbauer war ein wahrer Riese unseres Sports. Ein Gigant. Ein Spieler, dessen Einfluss auf den Sport bis heute zu spüren ist. Deutschlands erster Superstar. Eine Lichtgestalt, auf deren Schultern Generationen des deutschen Fußballs standen. Aber vor allem eine Persönlichkeit, die dem deutschen Sport für immer fehlen wird. Falls es einen Fußballgott gibt, dann droht dem Himmel ein Machtkampf. Ruhe in Frieden. Kaiser Franz Beckenbauer.